Das Datum der Erstausstrahlung dieser Mii-Nachrichten war der 15. Januar 2021. Bei der Feier auf Istanbul letzte Woche hat Erdejunge einen außergewöhnlichen Trick vorgeführt. Eine Milch drehte sich auf seinen Finger. Laut Erdejunge lautet der Name des Tricks? Hübelnde Milch. Stiebel, begeistert von dieser Technik, kommentiert mit wehrem Blick. Kaum zu glauben, ich hätte nie gedacht, dass sich eine Milch so schnell drehen kann. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Ich beigere mich, diese Art von Meldung zu glauben. Jedem das seine. Danke fürs Zuschauen. Ich bin die M-Kat-Gaun. Der 15. Januar war das Sendedatum dieser Mii-Nachrichten.